Ich bin jetzt ja wieder an dieser Münch-Ladstation, an dieser Münch-AC-Ladstation, aber leider ist diese defekt heute Mitte Februar 2024. Das wäre schade. Ich denke mal, dass hier das so ein Münch-Ratifekt ist, denn das ist ja wirklich ein uraltes, ein uraltes, das eigentlich nur relativ modern ist. Und das war's auch schon mit dem Video.